Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video von mir zum Thema Planes. Heute habe ich euch mal zwei Pit Row Gift Packs mitgebracht. Links zum einen das Ripslinger Pit Row Gift Pack und rechts das Pit Row Gift Pack mit Ishani. Beide Packs kosten in Deutschland zwischen 16,99€ und 24,99€ und sind Mitglied der Disney Planes Diecast Familie von Mattel. Und hier wie gewohnt noch mal der kurze Blick auf die Rückseiten der Verpackungen. Hier links im Bild sollte jetzt eigentlich der Ripslinger abgebildet sein. Hier ist fälschlicherweise der Nett abgebildet. Der Pity passt und das Zelt ist auch das korrekte. Und auf dem rechten Pack ist alles korrekt abgebildet. Da haben wir die Ishani, ihren Pity und natürlich das Zelt. Im Anschluss jetzt werde ich die Modelle mal auspacken und dann schauen wir uns das Ganze mal näher an. Die Modelle selbst bestehen aus Metall und Kunststoff. Die Zelte und die Fahnen bestehen komplett aus Kunststoff. Das Ganze ist im Maßstab 1 zu 55 und der Hersteller ist Mattel. Die Fahnen sind separat in der Verpackung und werden auf die Zelte gesteckt. Anfangen möchte ich mit dem Ripslinger. Das Modell vom Ripslinger ist identisch mit der Version, die es als Single Pack zu kaufen gibt. Die komplette Karosse des Pity besteht aus Zinkdruckguss. Die Gabeln vorn bestehen aus Kunststoff, genauso wie die Räder, die sich auch drehen lassen. Weiter machen möchte ich mit der Ishani. Auch das Modell der Ishani ist identisch mit der Version, die es als Single Pack zu kaufen gibt. Bei dem Pity, der ja in diesem Fall eine C ist, die mit einem Sari begleitet ist, besteht die komplette Karosse aus Zinkdruckguss. Die Räder, wo man hier in diesem Fall nur die vorderen sieht, die hinteren sind unter der Karosse versteckt, bestehen aus Kunststoff und sind drehbar. Und die Gabeln sind ebenfalls aus Kunststoff. So, das soll es von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und vergesst bitte das Abonnieren nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.